Idylle pur, auch wenn es manchmal doch Lärm gibt. Im verschneiten Schwarzwald, auf einem Parkplatz in Unterstmatt, steht das Wohnmobil von Georg Klein. Hallo, willkommen, kommt rein in mein schönes Häuslein hier. Ein gemütliches Heim auf wenigen Quadratmetern. So, hier zeige ich euch mal mein Bett, hier oben schlafe ich meistens. Dann habe ich hier meine Küche, hier koche ich mir immer warmes Wasser zum Trinken oder Tee für Gäste. Und habe dann hier meine Sprossenfarm, ich ernähre mich ja vitalstoffreich. Georg Klein ist Gesundheitsberater. Durch Rohkost hat er, wie er erzählt, starke Hüftschmerzen überwunden. So viel Komfort wie in seiner Karlsruher Wohnung hat er hier nicht. So, jetzt zeige ich euch noch meine Dusche. Hier ist die Dusche, normalerweise. Hier könnte man dann hier da drüben duschen, aber ich liebe Rumpelkammern. Und vor allem liebe ich noch mehr das Draußen-Duschen. Und das härtet ab. Mal kalt, mal vorgewärmt. Wechselduschen im Schnee. Schön warm. Und drinnen ist es auch warm, dank der Gasheizung. Georg Klein liebt das Leben im Wohnmobil. Das ist die Freiheit. Ich muss mich nirgends einchecken, auschecken. Ich bin nah an der Natur. Wenn ich morgens rausgehe, dann habe ich sofort die Natur um mich rum. Und das ist einfach so das Schöne. In diesen Tagen gibt es hier jede Menge Schnee. Und das genießt der Wintercamper. Es ist traumhaft. Wenn ich rausgehe, barfuß, dann spüre ich mich sofort. Und da werde ich sofort wach. Und zu Hause, in der Wohnung, wo es warm ist, das hat natürlich auch seine Vorteile. Aber da in die Gänge zu kommen, da ist viel mehr Selbstdisziplin gefragt. Und das finde ich so schön an der Natur. Die hilft mir ein bisschen. Doch er wohnt nicht nur wegen der schönen Natur hier oben. Sondern auch, weil gleich nebenan sein Arbeitsplatz ist. Denn im Winter arbeitet er als Skilehrer. Wir machen jetzt so ein kleines Aufwärmfunktionstraining. So die Funktionen, die du später am Hang brauchst. Und nach vorne. Und nach hinten. Ich meine, ich habe meine Heizung dabei, mein Essen. Und ich kann hier locker ein paar Wochen aushalten. Wieder aufwärmen mit heißem Wasser. Kein Stress und ringsherum schöne Landschaft. Für Georg Klein ist das hier oben einfach ein Paradies.